Ich würde mich selbst mit Unsichtgabe als Franken totschmeißen. Geht nur nicht. Yes, guck mal was da jetzt steht. Z. Games was killed by Z. Games using magic. Du bist im Übrigen ja auch unsichtbar, also labbermackant. Doch, du bist unsichtbar. Ah, da ist er ja. Ich sehe nichts, aber ich haue ihn trotzdem. Hey lol, ich habe dich getroffen. Ich sehe nichts, aber ich haue ihn nicht, ich kann ihn hauen. Da steht irgendjemand. Ups, das war ein Ei. Nein! Weil da jemand gestand. Oh, Sepp! Wer bist du? Bah! Der bewirft mich, dann mal. Ah, richtig. Danke. Hm. Warum? Alter, hört auf, mich abzuwerfen. Nein! Du musst springen, Dari. Um die Ecke, springen. Ich versuch. Ja. Oh ja. Tschüss, Arne. Ich, Leute. Leute, sch- Leute, achso. Ich dachte, sch- Hör auf. Arne. Du hast mich gerade runterge- Dingst, du Spack. Ähm. Oh Ja, das geht halt schon noch, wenn man weiß wie Yay Wow, warum sind ja überall Kätzchen Ja sicher, die kriegen kein Volldamage Die landen ja immer auf den Füßen Alter, nimm dir den Drecks Katzen weg Die nerven mich Schlag jetzt Warte mal Moment, Dari kommt da, lass ich's mal lieber Gut, es sind keine Katzen mehr da Boah, Arne Du bist so dumm Das ist nur noch schwerer, wenn man das sagt Wir nehmen gerade auf Boah, Alter Wie kann man so blödsinn die Fehler andauernd machen Ja Er hat's geschafft Alter Ihr Spasten Ich hatte doch noch nicht meinen Schleicher-Punkt gesetzt Ah, Arne, die Was ist denn das? Ah, das ist wie ein Harming So, mach mal kurz Nacht, bitte Okay Ups Ich hab mich selber rumgebracht Hey, bist du im Game-Mode? Nein Boah, warte mal Echt? Nein Lecker Nomnom Was? Nö, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor Ist der Bahn angekommen? Ja, ich bin schon angekommen Du bist im Übrigen zwar noch unsichtbar, aber ich kann dich trotzdem damit abwerfen Ja, bist du Warte Da ist er, ja Da kommt er Hat er's geschafft? Ja, er hat's geschafft Ups Falscher Der hier Müsste es gewesen sein Wie komm ich jetzt, äh, wie ist der letzte Sprung, wie soll ich den machen, Sepp? Nach Möglichkeit ganz spät erst abspringen Ich seh dich immer noch nicht Hey, da oben kommen Eisjumps Ist ja geil Ja, das ist endschwer Hallo Seh dich Wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr schon voraus geht Dann bist du irgendwann ganz weit hinten Okay, ist auch behindert Richard Ah, ja, so 50 mal gesprungen, steht auf dem Schild Achso, ne, 50 Sprünge haben wir schon hinter uns Jetzt verstehe ich's Oh, sorry, ich dachte du wärst nicht mehr im Gamemod Bzw. es wurde geschlossen schwarz alter und ja gut hey 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 aber ich bin da glaube ich ne bin ich nicht auch da ich höre gerade irgendwelche Werbung von irgendwelchen niemals Hau rein ja ach was danke ja also warum sagst du mir alles fünfmal ich bin nicht taub was warum denn ja oh ich hab grad ne geile Idee gekriegt so nochmal von neu okay komm den dann packst du ne ich bin wieder zurück geflogen das war nur weil ich ja nicht mein spawn point gesetzt hab nein noch geiler Ideen so bin da Arne hör auf komm mal lieber rüber wir dürfen dich jetzt trollen das weißt du doi doi ups das waren zu viele verdammt wie wirft man tränke n n n n n n n n Hey, Dari, Dari, guck mal, ich komm jetzt ganz schnell da hoch. Ich mach mit, Sepp. Oder auch nicht. Ah, ne, funktioniert nur im Normalen. Wo hast du die gefunden? Gar nicht. Ah, ne, warte, ich komm mal zu dir. Mal gucken, ob ich's schaffe. Nein, der war schon wieder zu weit, oder? Hä? Achso, ja. Da steht... Ja, ich hab die ganze Zeit auf den Dari geworfen. Ich hab die grad mit der Ender-Berle abgeworfen. Ah, Sepp! Autsch. Sepp. Ganz weit weg. Freu ich mich auch. Nein, hab ich nicht. Guck mal, wo ich bin, Arne. Alter, ich bin im Game-Mode 0. Hi, Sepp. Ich bin jetzt beim Sepp. Hier unten. Ich war schon drin. Dari, hier unten reinlegen, nicht da oben. Da oben waren wir noch nicht. Ich hab schon geschlafen. Mal rein. Verdammt. Ah, ne, guck mal, wo ich bin. Nisch, Mann. Äh, ich auch. Ich will den Scheiß-Jam nicht verkacken, Mann. Okay, aber den werd ich schon. Bäm, erst, ich darf euch trollen. Ich war schon da. Ich wollte euch grad trollen, Mann. Okay. Wo geht's weiter? Hä, WTF, der hat mich auf... Hä, der rennt. Der hat bei mir... WTF? Der ist bei mir einfach weitergerannt, ohne...